Mensch 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 also beim Diorid ist mir wirklich egal vollkommen egal wir legen den Ton hier auch langsam wieder so ein bisschen auseinander muss man ja schon sagen ich gehe mal hoch zack 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 ganz schnell so einmal abbauen und wir müssten jetzt irgendwo ein Stack haben Diorid ein Stack haben wir hier wobei der Stack wird uns überhaupt nicht reichen so number one number two und schon wieder ein Auto hier gibt es noch Diorid hier gibt es noch Diorid ist die Junge Diorid okay unsere Spitzacke geht langsam zu Ende ne habe ich so das Gefühl zack so damit hätten wir es kein granit umhauen granit ist wichtig brauchen wir noch man will loslaufen aber man drückt der kuh um zu droppen ok die spitze hacke hat seine besten tage hinter sich jetzt geht es nur noch bergab wie auch im leben ab 30 in 30 gibt es auch noch bergab so habe ich das zumindest gehört mein leben liegt ja noch vor mir ich weiß nicht ob ich leider sagen soll zum glück sagen soll oder nicht zum glück sagen soll weil das leben ist ja schon relativ komisch was man so macht was man so macht was man gar nicht machen soll ja ob sie gehen ist natürlich schön wenn wir gleich dahinter lava finden könnte ich wette ja ich will stein haben danke wir warten mal moment also das leben das leben geht nach ende 30 oder mittel 30 bergab bergab ja so heißt es so heißt so wurde es mir gesagt ich habe selber die erfahrung noch nicht gemacht ich weiß dass ich sie machen werde nun ja so na komm na komm na komm na komm na komm perfekt perfekt wenn wir uns verbrennen ist das eigentlich egal wir werden die wir würden die leben so schnell wieder hochgetankt bekommen wie nix anderes das ist gut dann habe ich gleich mal das ob sie den auch oben weg ich weiß wie die spitze hacke nicht mehr besitzen sollten aus irgendeinem grund haben wir auf jeden fall nicht so ein großes problem anstatt wir das hier mit der hand halbwegs abbauen mal kann das sein dass es nur nacht ist draußen dass es irgendwie keinen einzigen morgen mehr gab alles nur nacht draußen na gut das soll uns jetzt hier nicht weiter stören wir werden unserem polit polierten granit einfach mal an theorit anbringen na wenn wir das mit dem diorit geschafft haben können wir schon sagen wir können wir haben so gut wie die hälfte schon fertig wir haben 1 zu 3 bleibe dann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nee haben wir nicht wir haben noch nicht die hälfte dann fehlt einfach noch mal so viel genauso viel noch mehr noch mehr fehlt dann die um ist granit äh theorit meine ich 1 1 wenn wir sind die die das ist wir sind das aber ist die jurid und da oben ist granit sag mal eine neue ada granit gefunden die werden wir auf jeden fall brauchen spätestens bei der deckenkonstruktion wird uns das granit nämlich zugrunde gehen 20 werden nicht reichen zack 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 wir müssen bald auch wieder nach oben eine neue spitzhacke holen aus eisenkraft wir uns ein paar dann nehmen wir mal ein paar steinspitzhacken mit und ein bisschen eisen wird das auch los werden 56 das könnte schon eher hinkommen wenn ich mal so bedenke das kommt tatsächlich schon eher hin so zack 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 so schneller 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 so verbaut man sich nicht was können sie schon ernst sein ich will mich hier von was noch mal entnehmen hallo hier der vierte eins zwei drei zack pang fertig gut die unsere reihe haben wir auf jeden fall schon mal sechs rein haben wir schon mal fehlen noch zehn rein das macht mich ich weiß nicht das macht mich fischig so na gut na gut na gut na gut na gut jetzt müssen uns oben längs buddeln fangen wir mal an ich will mal gucken wie er später dann aussieht ja geht 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 das sieht eigentlich ganz interessant aus das geht eigentlich das geht 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 Menschen, was fahren die denn heute wieder so? Ich mach mal kurz das Fenster zu, warte mal. Knack, so. Damit man das nicht in der Aufnahme hört. Nachts ist ja eigentlich relativ ruhig auf den Straßen, aber es gibt immer noch ein paar Browser, die meinen, die müssen hier Gas geben. Alter. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft mit dem Baum. Und die Spitzhack hat es gleich auch geschafft. Oder ist gleich geschafft. So.